hallo ich werde ich will deutsch sprechen über dieses video was ich machen wollte ist ein youtube ich habe mir nicht reingedacht was ich sagen wollte aber ich wollte nur ein spontanes video drehen um deutsch zu üben um das mein gesprach zu üben so dass ich sprechen kann und ich mache das nicht so viel deswegen will ich das ich denke mir dass der grund ist dass ich ein video drehen will so dass ich das üben kann ich mache das eine kurze video darüber oder über das stadt über das ist deutsch sprechen das ist gerade danke das telefon ringt